Die beiden Zusammenhänge sind jetzt nicht bestätigt. Jetzt sehen wir Bilder live im Stadion. Es werden die Innenturbe aufgemacht, dass die Zuschauer auf den Platz laufen dürfen. Jetzt hatte ich eine neue Sicherheitsmaßnahme der Polizei. Und einer Geiselnahme ist auch die Rede, die es angeblich in einer Konzerthalle gegeben hat, hier in Paris. Und Anfang hat ja alles heute vormittag mit einer Bombe im Deutschen Spieler Hotel, die sich Gott sei Dank nicht bestätigt hat. Er hatte mal noch die Hoffnung, das war alles nur ein Hüble Scherz an diesem Tag. Aber dass der Tag eine solche Bindung nimmt, das heißt, uns alle die Bomben unter den Füßen. Explosion d'une Bombe. Explosion d'une Bombe. Es gibt noch zwei Minuten. Es gibt noch eine Minute, da. Explosion. High event. Es gibt noch die Bombe.